Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Hussheim und 28. über Hamburg. Ich meine, wenn es so schlecht ist, dann wird man zu Hause, ne? Siehst du das? Wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Hier sind wir am Fisseln, heute ist am Regen. Und das meteorologische Institut sind für morgen der gleiche Dries. Ist es überraschend gekommen? Und jetzt, wo man sich eingesteht hat, vielleicht ist es gewohnt, was ist es gekommen? Ein Schnürregen, ein Schnürregen kommen. Ich sag Ihnen, das ist eine richtige Sau, der in Elenigs ist. Ein Sau, der in Elenigs ist. Aber, und wir haben eigentlich fast in der Glücksstab, sage Ihnen, seit drei Minuten haben wir es schön zu trennen. Also, wir haben es so nicht. Was immer? Ah ja, so ist es. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Also, es ist einfach gar nichts. Du bist sehr begonnen. Man muss sich sagen, es ist doch Vorschau. Hier bei uns von Frankfurt in der Kreisestadt. Ich meine, wir haben doch die Rede hier von der Wetterstation. Da haben die Gehöros hier bei uns in der Kreisestadt. Wenn wir. Ich meine, wir müssen sprechen. Wir müssen uns nicht sagen. Wir müssen uns nicht sagen. Jetzt wollen wir uns machen. Was haben wir denn? Wer kann nicht? Wir müssen sagen, wir müssen sagen. Also wir haben ein paar Stück. Musik Musik